servus pyrus und herzlich willkommen zu einem neuen video auf meinem kanal ich war jetzt endlich wieder in österreich einkaufen und was ich mir alles gekauft habe das könnt ihr hier sehen hier ganz klassisch silver pirates richtig gute böller schauen wir mal drauf einem circa 40 gramm k2 50 stück in der packung richtig coole teile dann haben wir hier die thunder rockets die sind von pyro factory österreichischer herstellung richtig fette salut raketen 16,5 gramm pro rakete da haben wir auch schon eine getestet das video das bekommt ihr gleich zu sehen also wirklich richtig geile raketen und dann noch hier die xxl manhattan raketen ultra fette teile sieben raketen sind es 50 euro ziemlich teuer aber ein richtig geiler effekt das ganze von fire event dazu werden dann auch noch ein paar videos kommen und dann würde ich sagen viel spaß beim testvideo der thunder rockets haut rein und servus so leute thunder rocket 16,5 gramm let's go alter die war richtig heftig leute richtig geiles teil so leute so leute